Jeden Sommer begrüßt Andrea Kiewel die ZDF-Zuschauer im Fernsehgarten in Mainz. Hat das bald ein Ende? Denn der Sender Sat.1 gibt Pläne mit der Moderatorin bekannt. In einer Pressemitteilung heißt es, dass eine neue Show mit Kiwi in Planung ist. Andrea Kiewel feiert 2024 viermal Kiwis große Partynacht in Sat.1. Bei Kiwi wird mit den Heldinnen und Helden der deutschen Musik gesungen, getanzt, gelacht und gefeiert, schreibt der Sender. Mehr Details gibt es noch nicht. Könnte Kiwi tatsächlich vom ZDF zu Sat.1 wechseln? Dass sie den ZDF-Fernsehgarten für ihre neue Show aufgibt, ist unwahrscheinlich. Schließlich kommen sich beide Formate nicht in die quere. Stattdessen wird Kiwi wohl zweigleisig fahren und weiterhin dem Fernsehgarten erhalten bleiben. Wann die neuen Shows mit Andrea Kiewel in Sat.1 zu sehen sein werden, wird der Sender zu gegebener Zeit bekannt geben. Untertitelung des ZDF-Fernsehgarten